Was kann ich denn da herstellen? Pistolen, Muni. Boah, das fand ich echt teuer. Ja, das ist ein Schmixing. Ich wünsch mir kein Teil, dass er noch ein Teil kriegen davon. Sollte der Kettensägen Heini nicht erst nach dem Haus kommen? Das ist auch schon reingeklatscht. Du auch. Doch nicht. Bist du was verstehe ich? Das ist nicht mehr so. Okay. Das ist doch eine Finstrasse. Echt, da weiß ich auch nicht mehr. Und das ist auch eine Winnie. Kann ich noch ein Campus bemerken? Du bist ja so sowieso nicht? Da ist noch ein Schmuck dabei. Mauer mitnehmen! Da hinten liegt nichts. Dann wollen wir was von hinten. Ein Stockwaste. Wie im alten Teil, beim Kackengstürz. Dein Hobin, Dankeschön. Aber die Hütten ist schon voll cooler. Mau mal an. Kleiner Schlüssel. Oh, der See. Nicht gut. Wo wäre der normale Weg? Hutes Kraut. Bayern. Illuminatus. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seinen teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer, sein feinstes Getreide. Der schmächtige Schweineherd, sein kräftiges Schwein. Die verarmte Alte, ihr geliebtes Kind. Der Meister sah die Geschenke und war zufrieden. Getreide, Schwein, Kind. Und in dieser Reihenfolge. Erstmal speiern. Wo man die Schreibmaschine ist. Getreide. Oh. Endlich. Fleisch unseres Fleisches. Blut unseres Blutes. Danket unseren Herren. Oh, jetzt hätte ich ja noch Kannibalismus ohe. Getreide. Schwein. Kind, ne? Ha. Da haben wir zwei Sehkernel. Oh. Wert 3000. 4000. Nehmen wir mal. Ha. Mal. Ein grünen Ei. Ich find cool, dass wir alle seine Knollen können. Dat mag ich. Okay. Dann gehen wir wieder rauf. Der schmückt wieder. Das kann es doch nicht bringen. Seine Faustipps wird Crimson-Heads. Aus dem ersten Teil. Der schmückt wieder. Gut. 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 Ja. Schaut doch gut aus, oder? Also die Rätsel sind schon geiler. Knackiger zumindest. Aufzeichnung des Dorfes Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdort, die Kühe werden magerer. Datum 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Saddlers Befehle sind absolut. 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriachen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Saddler auserwählt. Datum April. 8 weitere heute. 4 weitere heute. 11 weitere heute. 2 Ortsfreunde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Alltag gebracht. Heute keine Auslosung. 20 weitere heute. 4 weitere heute. 18 Prezentierungen liegt auf dem Platz bei der Hintern Der Blut hat die Gabe angenommen. Gabel in meinem Blut? Juuu, wir haben die nicht geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mir. Ah, ich wusste, das schaut doch komisch aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das steht ja überhaupt nicht. Aber ich find's cool, dass wir wenigstens dort hin- und herwechseln können. Hier schaut nun so ein Inventar aus, mir so geht es so, ne? Puh. Die will den größeren Koffer. Ist voll gemein, dass wir den Hund verpassen konnten. Der hat uns gesehen. Der Schreiter. Hallo, ich bin wieder hier. Und wir haben einen Schlüssel. Wie käme jetzt? Oh. Ja, aber jetzt auch noch nicht Hundis. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist so dumm.